So, dann würde ich sagen, gehen wir rein in eine weitere Offline-Reaction auf KuchenTV. Shuyokas neue Abmahnung wegen Gönneji, ABK emotionales Statement. Das Statement von ABK müssen wir uns übrigens auch noch angucken. Das schauen wir uns auch noch an. Direkt im Anschluss. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu den besten News in YouTube Deutschland. Herzlich willkommen zu den Cake News. Shuyoka hat mich mal wieder abgemahnt. Ja, ich weiß, das Thema nervt wahrscheinlich viele von euch. Aber was soll ich machen, wenn ich schon wieder eine Abmahnung bekommen habe? Es kommt dazu auch noch ein... Ja, die Abmahnung habe ich schon auf Instagram gesehen in der Story von KuchenTV. Es wirkt ein bisschen so, finde ich, als hätte man auf Krampf irgendwas gesucht, um ihn abmahnen zu können. Weil da jetzt plötzlich irgendwie in der Abmahnung stand, ja, das Gönneji stand ja im Hintergrund in den Videos. Und da könnte man ja meinen, dass das Werbung ist, die aber nicht gekennzeichnet wurde und so weiter und so fort. Ja. Ein eigenständiges Video entweder am Montag oder Dienstag. Mal gucken, wie ich durchkomme. Dieses Mal soll ich gegen das Persönlichkeitsrecht und gegen das Wettbewerbsrecht verletzt haben. Aha, so ist das also. Unter anderem wird sich hier darüber beschwert, dass ich in meinem letzten Twitch-Stream und im Shuyokas Weihnachts-Special des Öfteren gesagt habe, dass sie die ganze Zeit am Lügen ist. Hier wird gesagt, dass es dafür überhaupt keine Grundlage ist und dass ich sie deswegen in ihrer Persönlichkeit angreife, weil das ja gar nicht stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob sich der Anwalt meine Videos und den Stream angeguckt hat, aber eigentlich immer, wenn ich das gesagt habe, habe ich danach auch erzählt, warum ich glaube, dass sie dort lügt. Also es ist nicht so, dass ich keinen Bezug dazu genommen habe und einfach mal reingerufen habe, sie lügt. Also schon das ist auf sehr wackeligen Beinen. Weitere falsche Tatsachenbehauptung sind dann diese Dinge hier, was ziemlich komisch ist, weil das mit den Finanzen hat der Anwalt auch schon oben hingeschrieben. Also das steht da irgendwie zweimal drin. Ich sehe jetzt den Sinn nicht so ganz. Das Lustige hier ist aber, dass Shuyoka selber doch gesagt hat, dass es ihr finanziell nicht gut geht. Sie meinte in ihrem Stream, dass sie einen kleinen Kredit bei ihrem Management aufgenommen hat. Dann meinte sie, dass sie sich irgendwie... Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen, okay. Sie meinte ja auch, dass sie zwei Vollzeitangestellte hat, die sie auch noch bezahlen muss. Dass es ihr aber finanziell gar nicht so gut geht, habe ich nicht mitbekommen. Aber sie hat ja auch irgendwie... Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Ausgaben sie hat, aber immer mal wieder, wenn ich reinschaue, hat sie ja so um die 4000 Subs, würde ich sagen. Das ist jetzt... Also klar ist jetzt nicht so viel, was man da rausbekommt, aber müssten schon so um die 4000, 5000 Euro sein, nehme ich mal an. Irgendwie sechs Monate lang kein eigenes Gehalt ausgezahlt hat, dass sie teilweise ihre Grafikerin nicht bezahlen konnte und dass sie derzeit nur von Ersparnissen lebt. Also scheint es ihr finanziell eigentlich gar nicht so gut zu gehen und genau das hat sie auch in diesem Livestream gesagt. Das Geile ist aber, dass man mich jetzt auch versucht, mit wettbewerbsrechtlichen Dingen anzugreifen. So heißt es beispielsweise, dass ich mit diesen Videos ihrem Geschäft schade und da wir ja das Gleiche machen, ist es halt einfach gegen das Wettbewerbsrecht. Also man möchte anscheinend versuchen, dass ich gegen Shuyoka keine Kritikvideos mehr erstellen kann, weil dir das Ganze schadet. Das wird man halt niemals durchbringen können, weil ich habe immer noch das Recht, meine Meinung zu einer Person zu sagen. Egal, wie oft ich das machen möchte. Das Geile ist halt aber auch, dass sie schreiben, Unsere Mandantin ist bei ihren Abonnenten für ihre ehrlichen und glaubwürdigen Statements bekannt. Hä? Okay, und jetzt? Ja, das ist sie. Der Hammer kommt allerdings jetzt. Sie beschwert sich ebenfalls, dass Gunnergy im Hintergrund steht, weil das Ganze ein nicht gekennzeichnetes Product Placement sein soll. Dazu haben sie dann auch noch das hier geschrieben, dass das irgendwie so aussieht, als wenn das irgendwie ein Teil meines Zuhauses ist. Das ist das, was ich auch schon in Kuchens Post gesehen habe. Durch die Platzierung der Dosen im Hintergrund ihrer Videos erwecken sie bei Zuschauern den Eindruck, das Produkt sei ein fester Bestandteil ihres Zuhauses, indem es dort regelmäßig auf ihren Regalen steht. Dann geht es halt noch weiter mit so, der Zuschauer geht deswegen davon aus, dass sie diesem Produkt persönlich zusagen und sie dieses privat erwerben und nutzen. Da sie für ihre Abonnenten eine Art Vorbildfunktion haben, möchten diese selbstverständlich die in ihren Videos ersichtlichen Produkte auch kaufen und probieren. Wo ich mir dachte so, what the fuck? Ey, man kann es halt auch übertreiben. Ich verstehe den Punkt, dass man eine Vorbildfunktion ist im Internet und ich bin auch voll gegen im Stream rauchen und exzessiv Alkohol konsumieren beziehungsweise ihn zu bewerben. Also wenn man irgendwie sagt, ey, dieser geile Wodka hat nur 20% Alkohol anstatt 40% Alkohol, damit kann man nice in den Feierabend starten und den dann so bewirbt, wie diese eine Wodka-Werbung eben, die es da vor ein paar Monaten gab, fühle ich nicht. Genauso sehe ich das auch mit Glücksspiel und so weiter und so fort. Wenn man wirklich was bewirbt, was eben zu einer Sucht führen kann, finde ich nicht cool. Muss nicht sein. Aber ich meine, es gibt doch auch super viele Streamer, die einfach Red Bull hinter sich stehen haben oder andere Marken hinter sich stehen haben und das nicht aktiv deshalb bewerben, sondern es ist halt einfach da. Und das ist halt jetzt auch ein... Er hat ja nicht nur das Gönnergy im Hintergrund. Ich glaube, er hat ja auch irgendwie so ein Buch im Hintergrund stehen und noch so ein paar andere Sachen, so Influencer-Produkte von Influencern, die er wahrscheinlich cool ist oder mit denen er gut ist und die er da dann einfach im Hintergrund stehen hat. Es wäre, ja, weil meine Zuschauer auch nicht wissen, dass ich ein Büro habe und das offensichtlich ein Studio ist, was ich nutze. Lustigerweise trinke ich irgendwie zwei Dosen Gönnergy am Tag, also eigentlich ist Gönnergy auch ein Teil meines Körpers. Das Ganze soll halt jetzt Schleichwerbung sein, was aber ebenfalls einfach nicht stimmt. Die Dosen, die im Hintergrund stehen, die habe ich halt selber bezahlt. Damit ist das einfach faktisch gesehen keine Schleichwerbung. Was sehr komisch ist, wenn man sich meinen Hintergrund einfach mal so anguckt, dann stehen da etliche YouTuber-Sachen. Carter, sein Vater, das Buch von Julian Hannes, also Jero, das Buch von Open Mind, ich gucke gerade, Gravitrax, das alles ist für Pia überhaupt gar kein Problem. Aber die drei Gönnergy-Dosen, die sind plötzlich Schleichwerbung, also das macht irgendwie keinen Sinn, weil wenn, dann müsste sie sich doch über alles beschweren oder nicht. Und obwohl Shoyoka ja gesagt hat, dass sie derzeit nicht so gut finanziell dasteht, ist der Anwalt dafür aber ziemlich teuer. Und zwar hat der jetzt einfach 3000 Euro gekostet. Das Geld möchte sie natürlich von mir wiederhaben, aber das bekommt sie logischerweise nicht. Das heißt, Shoyoka muss jetzt für diese Abmahnung wieder 3000 Euro zahlen. Und auch mit dem Streitwert geht sie wirklich ein großes Risiko ein. Und zwar wurde der auf 170.000 Euro festgesetzt. Und wenn ich jetzt hier gewinne und beispielsweise eine negative Feststellungsklage mache, falls sie selber nicht vor Gericht geht, dann sind alleine in erster Instanz Kosten von 15.000 Euro, die der Verlierer tragen muss. Ja, Shoyoka, also ich... Ja, aber wenn Shoyoka wirklich so pleite ist, ist das dann nicht ähnlich wie bei ApoRed, dass selbst wenn Shoyoka verlieren sollte, die Kosten dann auf Kuchen zurückfallen werden? Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, wann das wirklich der Fall ist, aber es hat mich auf jeden Fall bei ApoRed und Carina verwundert, dass sie da halt dann wirklich komplett alles übernehmen muss, weil er halt pleite ist. Ich weiß nicht, warum sie mir wieder so eine Abmahnung geschickt hat, um ehrlich zu sein. Ich finde es auch absolut peinlich, so Dinge wie Gönnergy überhaupt damit reinzunehmen. Denn das Ganze hat nichts mit unserem Beef zu tun oder was ich über dich behaupte und sage. Also man versucht jetzt sogar andere Dinge, die gar nichts mit dem Beef zu tun haben, da reinzutun, um mir irgendwie persönlich schaden zu können. Und das Ganze ist halt also einfach respektlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wie gesagt, das Ganze arbeite ich morgen nochmal richtig auf und dann habt ihr doch was, auf was ihr euch freuen könnt. Es gibt eine kleine Kritik an Tanzverbot, die ich nicht ganz so nachvollziehen kann. Und zwar war Tanzverbot bei der Bauerndemo unterwegs und dort wollte jemand seine Freunde grüßen, was so hier aussah. Für die Uhrzeit. Neue Tanzverbot, darf ich begrüßen. Du willst für ihn grüßen? Ja. Aber wenn du jetzt irgendeine Scheiße sagst, dann werde ich sauer. Ich grüße niemanden. Ich sage keine Scheiße. Okay. Ich grüße die gesamte JN, her zu uns. Was ist ein JN? Das ist eine Jugendgruppe. Aber keine böse? Nein, keine böse, gar keine Zeit. Was macht ihr so? Wandern, Kulturveranstaltungen und sowas, soll ich feiern. Okay, alles klar, mein Lieber. Alles klar, ne? Tschüss. Das ist süß. Das ist süß. So, grüße einfach seine Jungsgruppe da. Cool. Das Problem ist, ja, die JN sind die jungen Nationalen, also quasi heranwachsende Nationalen. Oh. Oh, scheiße. Okay, das habe ich selbst aber jetzt auch nicht gecheckt. Ich glaube, ich werde auch so daneben stehen und sagen so, oh ja, dann grüße sie doch auch mal von mir. Toll, toll, macht ihr das weiter so. Okay, ja, gut. Man muss wohl echt sehr aufpassen, wie man da vor die Kamera lässt. Nazis, sage ich einfach mal. Vor allem, das hätte ich jetzt von dem auch gar nicht erwartet. Also, der sah halt auch so normal aus. Also, jetzt nicht jemand, der irgendwie rumtrollt und der, das ist dann wieder die Frage, wie sie mal aussehen, normal aussieht. Aber so, er sah lieb aus. Also, er sah halt einfach so lieb aus. Ich hätte ihm schon zugetraut, dass er in irgendeinem Burschenverein oder so ist, in dem man dann wandern geht und ein bisschen was trinken geht und so. Also, den sollte man jetzt natürlich keine Plattform geben. Und das Ganze wurde auch direkt von der Woke Bubble kritisiert. Und es wurde gesagt, hey, informier dich mal ein bisschen, wie die aussehen und rumlaufen. So was darf nicht passieren. Das Ding ist, Tanzverbot selbst. Also, ganz ehrlich, ich hätte jetzt nicht bei dem Typen gedacht, dass aufgrund seines Aussehens, dass er da irgendwie Teil irgendeiner Nazi-Gruppierung ist. Und auch so, also, ich verstehe immer dieses komplette Cancel nicht und dieser komplette Hass. Also, es ist halt wirklich schon Hass, den andere Menschen fühlen, nur weil du einen Fehler machst. So, nicht mal aus böser Absicht, du bist halt einfach nicht informiert gewesen. So, ich war jetzt auch nicht informiert. Machst einen Fehler, sagst was Doofes und wirst komplett weggecancelt. Also, gut, da hätte man sagen können, informier dich lieber mal, aber gut, jetzt weißt du es. Es wird immer toxischer. Also, gerade auch die Woke Bubble, habe ich das Gefühl, was krass ist. Also, die werden immer toxischer mit der Zeit. Schade. Schade eigentlich für so eine Bubble, die ja eigentlich für was Tolles steht. Es ist halt einfach komplett unpolitisch und das ist auch absolut in Ordnung, dass er diese Leute nicht erkennt oder auch nicht weiß, was das für Leute sind. Das Lustige ist, dass in diesem Video, was da hochgeladen worden ist, allerdings auch fehlt, dass sich Tanzverbot danach komplett davon distanziert hat, als ihn der Chat darauf hingewiesen hat. Was? Junge Nationalisten, Code JN bis Junge Nationalisten, ist Jugendorganisation der Rechtsextrempartei, die hat... Ich lasse heute niemanden mehr grüßen. Ja, aber er hat doch nur zwei Buchstaben genannt, das bedeutet ja jetzt nicht, dass es das sein muss. Ey, was für eine Scheiße, Alter. Ach, das kann doch nicht sein, ey, so eine Wichse. Ich lasse hier niemanden mehr in die Kamera sprechen. Ich habe keinen Bock. Digga, jeder soll denken, was er will, jeder soll machen, aber ich will mit dieser Politik-Scheiße nichts zu tun haben. Egal aus welcher... Auch auf Twitter hat er sich davon nochmal distanziert. Also, dass da jetzt versucht wird, wieder so ein Shitstorm gegen Tanzverbot zu starten, verstehe ich halt absolut nicht. Ja, kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Er hat sich davon sofort distanziert. Man hat eindeutig gesehen, dass ihn das selbst abgefuckt hat, dass er darauf reingefallen ist. Also, er hat, sobald er realisiert hat, dass er auf etwas reingefallen ist, hat er sich ja sofort davon distanziert. Und man hat ja auch wirklich gemerkt, dass es ihn abfuckt. Das ist jetzt nicht so, dass er gesagt hätte, oh ja, ist mir eigentlich egal, soll er doch machen, was er will, soll er doch seine Leute grüßen oder so. Also, er hat sich ja komplett davon distanziert und war ja, wie gesagt, sogar abgefuckt davon. Warum muss man da dann noch weiter draufhauen? Warum muss man da dann noch krampfhaft die Fehler raussuchen, wenn es doch eigentlich schon geklärt ist? Wie gesagt, ist er unpolitisch und das ist absolut in Ordnung. Also, hier stehe ich auf jeden Fall komplett hinter Tanzverbot. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. ABK hat ein sehr emotionales Realtalk-Video hochgeladen. Unter anderem erzählt er, dass er die ganze Zeit gefandet wird, weil er wirklich massiv viele Kosten hat. Krankenkasse, Steuern, Anwälte und alles, was da noch so dazu gehört. Ich weiß, diese Gerichtsprozesse von den YouTubern und so wird ja jetzt alles eingestellt, ne? Und mein Anwalt... Das ist super ätzend. Ich glaube, ich habe euch... Ich weiß nicht, ob ich euch das schon jemals erzählt habe, aber mir ging es... Okay, nicht in dem Ausmaß zum Glück, aber ich hatte sowas auch schon... Ich hatte auch schon mal eine Kontopfändung, als ich 18 wurde. Und das war ziemlich belastend. Also, ich bin halt... Für die, die es nicht wissen oder die es jetzt gerade auf YouTube sehen, Ich war in einem katholischen Mädcheninternat, als ich ungefähr 12, 13 Jahre alt war. Und Internate kosten etwas. Und da ist es dann passiert, dass meine Eltern diese Internatskosten nicht auf ihren Namen geschrieben haben, sondern meine Namen angegeben haben, blöderweise. Und irgendwie dann die Internatskosten nicht gezahlt haben. Und zu meinem 18. Geburtstag ist da dann quasi eine fette Rechnung reingekommen. Und ich war halt erst mal komplett überfordert, so wann ist 18, wann ist frisch im Leben. Ich bin da auch... Ich habe zu dem Zeitpunkt dann schon alleine gewohnt. Das bedeutet, ich musste Miete zahlen und habe natürlich rumgejobbt, um Geld dafür zu haben. Hatte aber eindeutig nicht genug Geld, um diese Kosten zahlen zu können, die da auf mich zugekommen sind. Und dann stand da halt auch irgendwie so ein... Ich weiß nicht, wer vor meiner Tür stand. Das war... Gerichtsvollzieher... Ja, wahrscheinlich kein Gerichtsvollzieher, aber halt so jemand, der möchte, dass du etwas unterschreibst, damit eben dann dein Konto gepfändet werden kann oder so. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Und das war wirklich ätzend. Also das war wirklich ein ätzendes Gefühl, weil ich habe dann gearbeitet. Ich konnte dann knapp meine Miete zahlen, konnte so knapp meine Rechnungen zahlen. Und alles war so... Ich habe mir so einen Pfändungsschutz eingerichtet von der Bank. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Und bis zu diesem Betrag wurde alles gepfändet. Ich habe dann zum Glück einen Anwalt eingeschaltet. Der hat sich dann darum gekümmert, weil es war halt nun mal so, dass ich mit 12, 13 Jahren noch gar nicht geschäftsfähig war. Und deshalb dieser Vertrag, der auf meinen Namen geschlossen wurde, so eh nichtig war. Und dann wurden die ganzen Schulden, die sich da dann eben angehäuft hatten, wieder fallen gelassen. Zum Glück. Aber diese Zeit, in der mein Konto gepfändet wurde und ich halt einfach so keinen... Ja, kein Ufer mehr gesehen habe, kein Land in sich gesehen habe, das war ätzend. Das war richtig ätzend. Das kann ich mir vorstellen. Geldprobleme zu haben, Geldprobleme zu haben, ist immer sehr, sehr, sehr ätzend. Und kann einen halt auch psychisch so runterziehen und mitnehmen. Den habe ich jetzt auch bezahlt. Die letzte Rechnung war 6.000 noch was Euro, Alter. Dann meinte der zu mir, ja, du musst wahrscheinlich noch grob geschätzt 25.000 zahlen. Wo ich mir denke, Alter, ich habe schon so viel bezahlt, dann noch vielleicht das. Das heißt, ich habe so oft Kontofändungen. Wenn die mein Konto fänden, wo oder für was arbeite ich dann? Ich muss immer Angst haben, ob meine Karte funktioniert oder nicht. Ich musste aber trotzdem an Gerichtskosten, Anwalt und sonst was so um die 50.000 Euro zahlen. Du verdienst Geld jetzt in meinem Fall, aber nicht so viel Geld, dass ich so krass jetzt zurücklegen kann, um mir was aufzubauen. Außerdem erzählt er, dass er von einem Kollegen, dem er unterstützen wollte, komplett abgezogen worden ist. Und zwar um ganze 30.000 Euro. Das Problem war, ich hatte einen Kollegen, dem habe ich alles anvertraut. Ich habe mal zu denen gesagt, Bruder, kümmere du dich bitte um meinen Papierkram. Bin ich auch selber schuld, muss ich hierbei sagen. Am Ende des Tages mindestens 30.000 Euro, die der einfach mal so schnapp gemacht hat. Nicht auf einen Schlag, aber über den Zeitraum verteilt. Geld verändert die Menschen, so ist das halt. Ja, es ist wirklich ekelhaft, wie Geld Menschen verändert. Zum Glück habe ich sowas noch nie so wirklich krass mitbekommen. Also so unter meinen Freunden waren wir zum Glück immer gut, was Geld angeht. Wir haben jetzt so immer, wenn jemand mal irgendwie was ausgeliehen hat, waren wir alle völlig fein damit und haben es uns auch gegenseitig wieder zurückgeteilt und solche Sachen. Aber ich habe schon Storys gehört, gerade wenn es irgendwie auch um, wenn es um so Sachen geht wie Erbe, dass teilweise selbst Familien sich zerstreiten, um ein bisschen mehr vom Erbe zu bekommen. und auch generell dieses ganze Abziehen, wenn man, selbst wenn man irgendwie befreundet ist, deshalb eigentlich sollte man Freundschaft und Business wirklich trennen und wenn es nicht zu vermeiden geht, dann wirklich da so ein Auge drauf haben, Verträge abschließen, alles safe machen und ja, aber am besten schon trennen. Richtig dumm von mir. Ich habe mir halt vertraut. Ich habe gesagt, hier ist meine Bankkarte. Wenn was Wichtiges ist, wenn was Dringendes ist, du bist ein Bro, der mir hilft und ich helfe dir auch. Alles gemacht mit Herz, weil ich dachte, ey, wir sind Freunde. Ich habe halt einem Menschen vertraut. Auf jeden Fall hatte ich dann auch halt zu einem Zeitpunkt voll Streiten meiner Mutter, weil meine Mutter hat das schon damals geahnt so. Ich wollte es halt nicht einsehen. Ich war so, nein, Mama, du hast keine Ahnung, ist ein Mutterfreund von mir, der ist mir voll wichtig und nee, der macht alles, der kümmert sich um alles, meine Mutter so. Und was kümmert der sich denn? Am Ende, der hat sich schon um Scheiß gekümmert. Leider erzählt er in dem Video auch, dass es seiner Mutter Gesundheit nicht schlechter geht und er sich gerade extrem um sie kümmern muss. Das war dann so krass, dass schon meine Mutter drei Wochen in der Klinik war. Nachts teilweise musste ich 20 Mal aufstehen. Meine Mutter hat zur Toilette tragen, weil die nicht selber laufen konnte und so. Und dann hatte ich halt immer so oft Arzttermine mit meiner Mutter jeden Tag und die gingen dann so fünf Stunden, vier Stunden und dazwischen noch YouTube-Videos machen. Kannst du machen am Abend, wenn deine Mutter ein bisschen schläft, aber diese Stimmung war nicht da. Das nimmt dich mental übertrieben mit. Ich bin es ja halt schon gewohnt von meinem Vater, weil ich ja meinen Vater bis zum Tod gepflegt habe. Natürlich pflege ich auch meine Mutter. Also meine Mutter hat höchste Priorität. Menschlich eine Sache, wo ich mit gutem Gewissen schlafen kann und mir sagen kann, niemanden verraten, der mir wichtig ist oder dem ich etwas zu verdanken habe. Und hierfür auf jeden Fall erstmal dick... Das tut mir richtig leid. Vor allem, dass er da schon mit seinem Vater so viel durchmachen muss und dass er gestorben ist, das wusste ich auch nicht. Und dass es jetzt seiner Mutter auch nicht mehr gut geht, das ist also wirklich richtig, richtig schlimm. Tut mir richtig leid für ABK. Und dann halt auch nochmal dieser zusätzliche Druck. Also das ist ja so viel Druck, der auf ihm lastet und so viel Verantwortung auch, auch wenn er inzwischen ein erwachsener Mensch ist, ist das ja trotzdem viel zu viel für eine einzige Person zu stemmen. Wenn du dir überlegst, du bist da alleine mit deiner Mutter, um die musst du dich kümmern, der geht es nicht mehr gut, die musst du pflegen. Und dann musst du aber noch an so vielen anderen Baustellen mitmachen quasi. Also du musst schauen, du hast die Schulden, die du abbezahlen musst, du musst genug Geld verdienen und so. Also das ist ja wirklich so ein psychischer Druck auch der Arme. Ich hoffe, er hat da irgendwie auch ein Ventil, also irgendjemand, mit dem er vielleicht reden kann, sei es jetzt Freunde, andere Familienmitglieder oder auch professionelle Hilfe, mit denen er einfach reden kann, um sich da einfach so ein bisschen Druck auch abzulassen beziehungsweise sich nicht alleine zu fühlen. Dicken, dicken Respekt, dass du das Ganze überhaupt auf dich nimmst. Also ich habe mit ihm auch schon mal so ein bisschen drüber geredet gehabt und der tut wirklich alles für seine Mutter. Aber krass, sind KuchenTV und ABK eigentlich wieder gut miteinander oder ist alles geklärt zwischen denen? Weil ich weiß, dass die früher einen übel fetten Beef hatten, der ja auch über Monate ging. Und dann habe ich das Ganze irgendwann nicht mehr verfolgt. Also irgendwann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ja, scheinen sich ausgesprochen zu haben. Auch nice. Wirklich einfach mal dicken Respekt an dich. Dann hat er leider auch noch erzählt, dass als er in Japan gelandet ist, noch einen Schicksalsschlag zu verkraften hatte. Auf jeden Fall bin ich ja zweimal in einem Jahr nach Japan geflogen. Und an dem Tag, wo ich gelandet bin, kam schon direkt die erste Schocknachricht. Mein Onkel hat den Herzinfarkt bekommen. Dann lag mein Onkel im Koma erst mal. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin so in Japan. Ich soll jetzt arbeiten, Videos schneiden. Aber ey, Bro, dein Onkel ist auch immer im Koma. Und ich denke mir dann im Kopf, Bruder, warum? Was passiert bei mir alles? Vater stirbt, Cousin wird ermordet, Mutter krank, Onkel ist im Koma, Bruder. Das sind so viele Sachen, die auf einmal auf mich zukamen. Sag ich schon offen und ehrlich, hatte ich nur ein einziges Mal einen Nervenzusammenbruch. Da habe ich einfach geheult. Musste meine Mutter mich so festhalten, den Arm nehmen und so. Auch hier wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Kraft. Und ich hoffe, dass es ihm gesundheitlich bald wieder besser geht. Großen Respekt an dieser Stelle auch an Sierra Kid. Und zwar hat der einfach mal ABK 8000 Euro geschenkt, um ihn zu unterstützen. Richtig großes Dankeschön vom Herzen, auch an Sierra Kid. Der Typ hat mir einfach 8000 Euro geschenkt. Er hat zu mir gesagt, Bro, ich feiere deine Videos. Er sagt, nimm das Geld. Ich will dir einfach helfen. Mach bitte weiterhin Content. Du hast in einer Zeit, wo es mir auch scheiße ging, habe ich immer deine Videos geguckt und die haben mich aufgemuntert. Und ich mag ABK. Und ich verstehe ABK. Stark, stark. Ich liebe es, wenn Menschen zusammenhalten. Ich liebe es zu sehen, wenn Menschen menschlich einfach sind. Und nicht nur auf sich selbst schauen. Und auch auf andere schauen und sehen, okay, da macht gerade jemand eine schwere Zeit durch. Ich versuche zu helfen. So, wenn man helfen kann, warum nicht helfen? Es muss nicht immer finanziell sein. Generell auch an euch. Wenn ihr seht, Menschen in eurem Umfeld geht es vielleicht nicht gut. Manchmal reicht es halt auch einfach da zu sein, auf andere Arten zu helfen. Es muss nicht immer nur mit Geld sein, wenn man auch diese finanziellen Mittel nicht hat. Aber ich finde, generell sollten wir aufhören, immer nur auf uns zu gucken. Es ist so eine Ellenbogengesellschaft mittlerweile geworden. Und man merkt es ja auch, es wird alles immer toxischer. Viele Menschen schauen nur auf sich. Es wird andauernd beschissen und gelogen. Und deshalb, so an euch, seid ein bisschen bewusster. Schaut ein bisschen mehr auf eure Mitmenschen. Seid nicht so toxisch. Zu einer Zeit, wo es mir sehr, sehr scheiße ging, wo mein Leben richtiger Müll war, hat er mir sehr viel Kraft gegeben mit seinen Videos. Das war so, als hätte ich so einen Freund da gehabt bei mir, obwohl ich gerade keinen Freund bei mir hatte, weil ich habe seine Videos gehabt und ich konnte das schauen. Und deswegen natürlich versuche ich ihn zu beschützen. Auch kein eigentlich. ABK ist im Herzen ein guter Mensch. Schaut euch auf jeden Fall das Video von ABK an. Gibt auf jeden Fall sehr reale Einblicke. Auch ich habe ja immer... Ja, schauen wir uns im Anschluss an. Nach dem Video schauen wir uns gleich das ABK-Video an. ...gesagt, dass er ja einfach Videos durchziehen soll. Dann hätte er ja genug Geld. Allerdings kann ich das halt bei den ganzen Sachen, ja, dass er sich um seine Mutter kümmern muss, die anderen Schicksalsschläge, diese ganzen anderen Probleme und so weiter, die er hat, auch absolut verstehen, dass da natürlich einfach nicht die Motivation und auch nicht der Vibe da ist, um sich abends dann komplett kaputt noch hinzusetzen und so Dinge wie YouTube komplett durchzuziehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und deiner Familie natürlich auch und hoffe, dass sich das Ganze bald bessert. Ich wurde absolut lächerlich verurteilt, meine Freunde und soll jetzt 3.000 Euro zahlen. Und zwar habe ich ja Mitte des letzten Jahres ein Video hochgeladen, als Leroy das Treffen zwischen der militanten Veganerin und Markus Rühl hochgeladen hatte. Dort habe ich nämlich folgenden Joke gebracht. Würdest du die Logik dahinter verstehen? Aber man darf doch frei entscheiden. Ich bin ein freier Mensch. Darf ich frei entscheiden, wenn ich den Leroy jetzt schlage? Also, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen soll. Dafür habe ich jetzt einen Strafbefehl bekommen, über 3.000 Euro, und zwar wegen Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen. Seit wann auch immer ein Bild von Adolf Hitler, das Verwenden eines verfassungswidrigen Kennzeichens ist. Also, da war auch kein Hakenkreuz oder sonst irgendwas zu sehen. Das Problem ist, dass ich durch meinen ADHS den Brief nicht geöffnet habe und die Christi sind halt jetzt vorbei. Das heißt, zu 99% werde ich das Ganze jetzt halt einfach annehmen müssen, auch wenn ich es halt absolut lächerlich finde und es meiner Meinung nach dafür auch gar keine Grundlage gibt. Ich meine, so Leute wie Jan Böhmermann haben halt Hitler komplett nachgespielt mit Hakenkreuz und so weiter. Allerdings scheint es so, dass einige... Ja, es ist irgendwie teilweise willkürlich, finde ich. Also, es gibt ja Hitlerparodien, in denen man dann auch das Hakenkreuz sieht. Teilweise ist es erlaubt, teilweise nicht. Also, ich weiß nicht, es ist irgendwie... Ich finde auch, es ist schwierig, da durchzublicken, was man jetzt machen kann und was nicht. ...vor dem deutschen Gesetz halt gleicher sind als andere. Absolut lächerlich, was hier mal wieder passiert ist. Und ja, mir ist es auf jeden Fall eine Lehre. Ich werde jetzt irgendwie anfangen, mal aktiv meine Briefe zu öffnen und wenn ich mir irgendwo ein Post-it hinhänge, dass ich das machen muss. Er kann sich ja irgendwie... Er kann sich ja irgendwie auch so ein Vollzeitangestellten holen, der dann die Briefe für ihn öffnet. Ja, das waren auch schon die News von dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye. Okay, war ein gutes Video. War ein spannendes Video. Und auch jetzt so gegen Ende, also Mitte, Ende mit ABK auch ein sehr trauriges Video. An der Stelle nochmal natürlich auch an ABK alles Gute für die Zukunft.